ja hallo und herzlich willkommen bei der neuen folge von digital paintbook podcast heute haben wir im test das huion grafiktablett h 610 pro das ist hier schick in schwarz gehalten mit einer aktiven malfläche von 25 x 15 zentimeter mit acht funktionstasten und ein aufladbaren pen dazu ja das ganze gucken wir uns mal ein bisschen genauer an in den nächsten minuten und nicht vergessen der digital paintbook podcast wird euch präsentiert von der digital paintbook buchreihe so und jetzt geht's wieder los das usb kabel wird seitlich in das grafiktablett eingesteckt und mit dem anderen ende am computer angebunden dann geht es weiter man kann den stift aufladen auch dafür gibt es noch mal einen zusätzlichen usb kabel und man sieht an so einer kleinen lampe dass der stift aufgeladen wird das huion h 610 pro hat auf der linken seite acht funktionstasten die sind schon vormarkiert mit symbolen die lassen sich aber auch alle komplett einzeln belegen in dem treiber menü der eingabestift kommt mit einer schutzkappe und auf dem stift befinden sich zwei funktionstasten die man auch einzeln im treiber belegen kann und auf der rückseite dann das loch um den stift aufzuladen drückt man den stift auf das grafiktablett gibt es ein lichtsignal daran kann man halt merken dass der stift sehr gut connected ist auf der oberen seite des grafiktabletts gibt es noch mal so soft keys und zwar 16 stück auch diese lassen sich einzeln über den treiber belegen eine treiber cd für mac und windows liegt bei ich würde aber auch empfehlen direkt immer mal auf die website vom hersteller zu schauen und da den aktuellen treiber herunterzuladen hat man den treiber installiert hat man jetzt die möglichkeit einiges einzustellen das ist optisch auch ein bisschen unterschiedlich zum microsoft system hier hat man zum beispiel die stift einstellungen kann die rechte und die erste und die zweite taste einstellen die druckempfindlichkeit und ja dann gibt es noch ein extra menü da kann man dann testen wie der andruck dann funktioniert in verschiedenen farben das ganze kann man natürlich halt auch in photoshop machen aber so wird es natürlich mitgeliefert und man hat natürlich auch die möglichkeit zu sagen auf welchem screen das grafiktablett genutzt werden soll oder wenn man halt im dual monitor betrieb ist ob dann vielleicht alle beide monitore dann projiziert werden auf diese tablet oberfläche bzw auf diese größe dann kann man mit dem stift auf beiden monitoren halt arbeiten ja speichern muss man nicht man muss einfach nur von den roten knopf oben links zum beispiel drücken dann ist das ganze fixiert und kann dann direkt angewendet werden so dann hat man hier die nächste einstellung und zwar kann man jetzt hier in dem menü die acht funktionstasten auf der linken seite einstellen und oben ein und ausblenden die soft keys hat man die soft keys deaktiviert hat man die ganze fläche des grafiktabletts zur verfügung und wenn man die soft keys haben möchte dann wird halt so ein kleines stückchen im oberen bereich abgeschnitten ist aber nicht weiter dramatisch so hat man halt ausreichend möglichkeiten das ganze einzustellen die deutsche tastatur belegung ist nicht ganz deckungsgleich mit den tasten einstellungen im treiber da geht es auf jeden fall ein bisschen zu experimentieren welche funktionstaste welche funktionen dann hat aufruft ich werde im anschluss in einem youtube-fenster noch ein paar tipps geben und ja hier geht es auf jeden fall auszuprobieren aber es funktioniert auf jeden fall dann schaue ich mir das ganze mal im betrieb an ich habe eine neue fläche in photoshop geöffnet und benutze jetzt erst mal so einen drucksensitiven pinsel der die größe ändert je nachdem wie man den stift auf das grafiktablett andrückt und deswegen mache ich jetzt erstmal halt dünne linien und dann anschließend ein paar dickere linien und man sieht das grafiktablett reagiert also damit schon auf wenig andruck diese kleinen hänger liegen jetzt hier daran dass das ganze 4k aufgenommen worden ist also das ist dann halt je nachdem was man für ein rechen hat also wirklich ganz schnell von der verarbeitung her aber man sieht man kann dünne und dicke linien ohne probleme ziehen und auch verschiedene strichstärken das ist also überhaupt kein problem mit dem huion grafiktablett ja um das grafiktablett noch weiter zu erforschen gehe jetzt direkt mal hier in die anwendung hinein ihr kennt das aus meinem anderen podcast schon ich habe hier meine berühmte kugel da wird erstmal eine auswahl aufgezogen da nehme ich so ein airbrush rund weich pinsel in einer großen größe dicker fluss ein bisschen runter reduzieren dann wähle ich da mein grundfarb ton aus und arbeite mich jetzt erstmal hier an den rändern entlang und hier kann man also wirklich schnell feststellen wie der stift reagiert und bekommt sehr gut so eine koordination vom grafiktablett zum monitor ja jetzt noch ein paar schattierungen hinzu bisschen mehrmals über die einzelnen segmente der kugel hinüber dann bekommt man auch da so eine schattierung das ganze bisschen runder ist ja man kann dann mit den funktionstasten zum beispiel die pinselgröße steuern oder auch in das bild rein und raus zoomen dann hat man da einen guten workflow und was natürlich auch immer prima ist wenn man sich halt eine taste zum beispiel auf die alt taste legt und kann so dann halt jeweils auch farben direkt aus dem motiv herausnehmen dann öffne ich eine weitere ebene so und kann dann zum beispiel noch einen kleinen schatten unter die kugel auftragen dann nehme ich mir hier mal so einen dunklen grauen ton ja und sollte irgendwas nicht in ordnung sein kann natürlich halt mit dem radierer tool wieder was wegnehmen und naja so fürs erste mal ergebnis sollte das so lang man kann den schatten natürlich hier auch dementsprechend steuern und da würde ich sagen gucken wir uns das ganze noch mal in einem weiteren projekt an so hier habe ich jetzt ein schädel schon mal vorbereitet und da gilt es jetzt noch weitere details einzuarbeiten so man kann je nachdem wenn wir jetzt zum beispiel schneller an die tastatur kommen natürlich hat auch jederzeit wieder tastatur nehmen und oder aber man belegt sich halt die einzelnen funktionen auf die entsprechenden hotkeys des grafiktablets mit einem wischfinger kann ich zum beispiel hier zusätzlich die strukturen ineinander wischen oder jetzt zum beispiel mit den funktionstasten einfach sagen okay ich möchte den pinsel müssen größer haben dann muss ich nicht extra in mein pinsel menü reingehen und das dort justieren oder auch hier rein und rauszoomen aus dem motiv da sind die tasten belegt und dann geht es auch relativ zügig ja der schädel ist fast fertig also das heißt ich wisse jetzt also jetzt erstmal nur so ein bisschen im schatten im unteren bereich noch herum und könnt jetzt hier an den augen noch mal so ein bisschen was ändern ich gehe mal hier auf einen kleinen pinsel so kleine größe und wie mir dann noch mal so einen hellen farbton aus das benötige ich für die highlights und kann jetzt hier direkt so ein paar lichtpunkte auf diesen knochen drauf malen ja auch hier oben an dem nasenknochen fehlt mir noch ein paar highlights die habe ich dort aufgetragen und auch hier auf dem rechten auge kann man natürlich erstmal schnell rein zoomen und dann da noch ein paar Details wieder auftragen ja dann wieder raus zoomen und das handtool verwenden auch dafür kann man sich eine taste am grafiktablett belegen muss also dann nicht immer in die werkzeugleiste hinein flitzen ja das huion tablet hat 2048 in druckstufen und eine auflösung von 5080 linien pro zoll das entspricht eine rate von 233 auflösungen pro sekunde der stift benötigt ungefähr zwei stunden für eine komplette aufladung dafür kann man dann aber wie schon gesagt ganz lange damit arbeiten das tablet wiegt ungefähr 1,1 kilo und hat eine abmessung von 30,5 mal 23,9 mal 1,3 zentimeter so ich hoffe der kurze test hat euch gefallen das huion h 610 pro ist sehr gut verarbeitet überhaupt keine mängel die tasten lassen sich gut bedienen der stift lässt sich ja aufladen wie schon erwähnt und wenn man zwei stunden den stift aufgeladen hat hat man eine kapazität von circa 450 bis 800 stunden mit dem man dann halt arbeiten kann das ist also schon genommen man muss den also nicht jeden tag aufladen die aktive malfläche sind 25 x 15 zentimeter 2048 druckstufen also das ist state of the art beiliegend sind auf jeden fall noch ersatzstift spitzen hier in weiß und in schwarz dann die treiber cd mit manuals noch mit drauf dann auch das manual in gedruckter form für mac os x und auf anderen seite für windows betriebssystem und nochmal jede schnellanleitung in gedruckter form anschlussmaterialien ja kann man noch sagen preis 76 99 erhältlich bei amazon und im huion amazon store lieferzeit ein tag sollte es fragen geben erreicht ihr dort den support von huion sehr schnell meistens mit 24 stunden und auch ein chat gibt es dort beim hersteller direkt ja bleibt mir nur zu sagen der digital pen book podcast wird euch präsentiert von der digital pen book buchreihe und ich würde sagen bis zur nächsten digital pen book podcast folge oder auch ganz klar und also und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020